Guten Morgen ihr Lieben. Donnerstag, 14. Juni, mein 40. Pilgertag. Es ist genau 8 Uhr. Ich starte jetzt in Vercelli und will heute bis Mortalla laufen. Das sind ungefähr 30 Kilometer. Es war ein ganz toller Aufenthalt in dieser Aubergh. Und ich hoffe, dass der Weg gut ist und dass ich einen schönen Tag habe. Das Wetter ist auf jeden Fall schön. Kurz hinter Vercelli, der Fluss Sessia. Das Wetter ist schön und es verspricht ein herrlicher Tag zu werden heute. In der Ferne die schneebedeckten Berge. Und es verspricht heute ziemlich heiß zu werden. Reisfelder, soweit das Auge reicht. Und da gehe ich jetzt hin. Irgendwie ist es gerade ziemlich nervig. Der Weg ist schlecht. Ich muss laufenden Monowalker stabilisieren. Und dann jetzt noch hier diese schmale Brückchen mit anschließenden Treppen hoch. Ich bin alles andere als begeistert. Das Internet habe ich erst mal überwunden. Aber offensichtlich scheinen sich hier der Radweg und der Fußweg getrennt zu haben. Und ich habe es nicht gemerkt. Und bewege mich jetzt auf dem Fußweg. Bin gespannt, was mich hier noch erwartet jetzt. So, zum Glück jetzt wieder auf einem etwas breiteren Weg. Hoffen wir mal, dass das noch eine Weile so anhält. Und hier geht die Via Francicina weiter. Immer an den Reisfeldern entlang. Nach einer kurzen Pause in Robio, wo ich auch meine Fersen verarztet habe, wo ich an den Kanten von den Einlagen zwei unangenehme Blasen an den Fersen habe, laufe ich jetzt weiter die letzten 14 Kilometer bis nach Mortara. Die Sonne brennt. Ich denke mal, sind bestimmt 35 Grad. Ibisse im Reisfeld. Und ansonsten eine gnadenlos und schier endlose Straße und Temperaturen um die 35 Grad. Wirklich tolle Kanalsysteme, was die hier haben. Und hier habe ich heute Nacht mein Quartier noch mit sechs anderen. Ich bin sehr gespannt.